Ein geradliniger... ein geradliniger und der Effekt... Army of One ist hier, das ist das neue Mediabook von Nameless. Nameless ist zurück und startet direkt durch mit einem Mediabook in verschiedenen Cover-Varianten. Sehr, sehr schöne Cover tatsächlich dabei. Ich habe hier Cover B, von dem 333 Exemplare existieren und das gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Ich erzähle ganz ein bisschen was zum Film, ein bisschen was zur Veröffentlichung und vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Hinweis, was demnächst noch so rauskommen wird. Ich würde sagen, wir starten mal direkt. Viel Spaß dabei. Hallo Freunde des guten Geschmacks. Army of One ist der Film, den wir uns heute ein bisschen angucken. Also, beziehungsweise wir gucken uns eher die Veröffentlichung an. Ich erzähle natürlich auch so ein, zwei Sätze zum Film. Aber es geht jetzt hier natürlich primär, es ist ein Unboxing. Das heißt, ich erzähle was zur Verpackung und zur Aufmachung. Sachen, die mir gut gefallen, die mir auffallen. Und das erste, was mir natürlich auffällt und das seht ihr natürlich, denke ich auch, einfach an der Lichtreflexion ist, die Hochglanzfolierung. Also dieser Spottlag, der hier drauf ist, auf dem Text und auf der Frau, ist einfach der absolute Wahnsinn. Das sieht so, so gut aus und ich muss einfach gestehen, das ist so ein Sahnehäubchen, wo man immer sieht, da ist ein Label eben dabei und ist nicht nur an der Veröffentlichung als solches interessiert, sondern auch eben das Bestmögliche rauszuholen. Diese kleine, filigrane, genaue Arbeit. Also ich weiß, ich sage das sehr häufig bei den Mediabooks auch von eben Nameless, aber es ist wirklich der Wahnsinn. Das sieht einfach richtig, richtig gut aus. Und ich finde auch tatsächlich, es gibt kein Label, was das da aktuell besser macht. Natürlich gibt es aktuell Labels, die auch ein bisschen prägen und mit Hochglanzeffekten arbeiten. Finde ich immer sehr, sehr schön, mag ich. Aber dass es so genau ist, das ist schon echt krass. So, aber zurück dazu. Wir haben halt eben gesagt, Mathe ist ein Mediabook. Frau und Text ist Hochglanz. An der Seite sieht das genauso aus. Also da haben wir den Text eben im Hochglanz. Da ist die Frau dann eben ohne die Hochglanzfolierung. Unten ist das Nameless-Logo. Und hinten drauf haben wir auch alles gewohnt, wie man es eben kennt. Da sind ein paar Bilder, auch die sind eben im Hochglanz. Und plus eben die ganzen kleinen Infos, dass es sich weltweit erstmals hier eben um eine Blu-ray-Premiere handelt. Deutschland-Premiere zusätzlich hoch. Und das ganze Teil ist uncut. Zusätzlich haben wir hier unten die Limitierung. Da ist das hier eben bei mir ein Pressemuster. Normalerweise ist da eben die Nummer drin. Und das ist ja auch eine Sache, die ich sehr, sehr schön finde. Also es ist durchnummeriert. Es ist dann eben mit so einem Wasserzeichen verziert. Und das, finde ich, sieht einfach gut aus. Der Film ist ungeprüft. Sieht man daran, dass hier keine Abgabe an Kinder und Jugendliche draufsteht. Das heißt, ungeprüft schließt erst mal aus, dass es hiervon demnächst eine Keep-Case-Veröffentlichung fürs Kaufhaus geben wird. Beste Beispiel wäre jetzt Tanz der Teufel mit einer 16er-Freigabe. Dann wäre das hier unten eben mit so einem blauen. Keine Abgabe an Kinder und Jugendliche wäre dann eben FSK 16. Könnte dann eben sein, dass der eben ins Kaufhaus kommt. Oder ist ja auch so, dass der dann ins Kaufhaus kommt. Ist zum Beispiel bei anderen Sony-Veröffentlichungen ja auch so gewesen. Das ist jetzt dann nichts Ungewöhnliches. Bei ungeprüften Sachen ist das eher so ein bisschen, naja, ein bisschen schwieriger, sage ich mal. So sieht das ganze Teil aus. Hier haben wir die Inhaltsangabe natürlich noch und so ein bisschen eine Kurzzusammenfassung. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Da wird einfach kurz erzählt, was einen erwartet. Und zwar, dass eben Army of One ein geradliniger und effektiver Actionfilm ist. Mit vielen Kämpfen einer grandiosen Schauspielleistung von Alan Holman. So. Alan Holman heißt die gute. Guck mal, hätte ich die ganze Zeit sagen können. Also Alan Holman ist hier eben hochglanzfoliert auf dem Cover. Öffnen wir das Mediabook, haben wir hier eben die Disc drin. Und diese Disc oder dieses Bild, besser gesagt, erinnert mich unfassbar an Lara Croft. Auch so ein bisschen an den Lara Croft-Film. Also ich finde, oder? Also ich bin jetzt, es ist jetzt nicht so weit hergeholt, der Vergleich. Würde ich jetzt zumindest mal sagen. Sonst haben wir hier eben das Bild. Hier hinter dem Tray und auch auf der Doppelseite ist eben so extra so ein bisschen verpixelter. Das ist auch schon auf dem Cover zu sehen gewesen hier. Also ihr seht das hier schon, diese Art und Weise. Der Look, der wird hier quasi fortgesetzt. Das heißt, das ist ja eine Sache, die auch bei Nameless immer sehr, sehr groß ist. Und mir gut gefällt, dass eben dieser rote Faden fortgeführt wird. So, wenn wir jetzt mal durch das Booklet gehen. Oh, hier haben wir wieder Lara Croft. Da ist sie wieder. Nur jetzt mit einer Axt anstatt mit Waffe oder... Also anstatt mit Axt. Also Axt anstatt Pfeil und Bogen. Wir haben hier eben ein Booklet, welches durchnummeriert ist. Also Seitenzahlen sind drin. Der Text enthält Spoiler. Das heißt, wir gehen hier ein ganz bisschen schneller durch. Und ihr seht schon, Icebit on your grave und Rambo. Das sind zwei Titel, die hier benannt werden. Und da muss ich zustimmen, das passt. Also ganz kurz davor. Ich mache mal kurz durch, bevor wir hier gleich einen Spoiler sehen. Wir haben ja sicherlich gleich irgendwo ein schönes Bild, auf dem wir pausieren können. Oh, nee, kurz vorweg. Das Mediabook, das ist nämlich immer sehr wichtig, finde ich. Ist eingewebt und das ist tatsächlich für mich immer das Schönste. Also das ist Nonplusultra. Besser geht es nicht. Davor kommt eingetackert. Das ist nicht ganz so geil, aber besser als eingeklebt. Eingeklebte Mediabooks sind wirklich ein absolutes No-Go. Wir sind allerdings hier bei der Mitte des Mediabooks angelangt. Das heißt, wir haben eben nur ein 20-seitiges Booklet. Ist vollkommen okay. Und ich finde, der Textanteil ist jetzt ja auch nicht gerade super gering. Wir haben dann eben noch hier was zu Alan Holman, die ich tatsächlich gar nicht kenne. Also vielleicht habe ich sie... Finalistin, Asylum hat sie mitgespielt und Criminal Minds. Und dann habe ich sie sicherlich irgendwo gesehen. Also... Aber sagt mir tatsächlich gar nichts. Aber okay. Also ich habe sie tatsächlich noch nicht gesehen. Mag sie aber. Also sie liefert hier auf jeden Fall gut ab. Es ist eine gute Performance von ihr in dem Film. Denn... Und jetzt haben wir doch... Hier haben wir wieder ein Lara Croft-Motiv. Oh, übrigens ein sehr schönes Motiv, finde ich. Also von der Farbgestaltung und generell von der Aufmachung mag ich das sehr, sehr gerne. Und ich finde, das bezeichnet eigentlich den Film. Das ist das, was ich jetzt die ganze Zeit sagen wollte. Also bei dem Film, man bekommt eigentlich genau das, was man erwartet. Hier ist eine junge Frau, der passiert was Schlimmes. So, das hat man anhand der Titel als Bit in the Grave. Und Rache und Rambo und Co. eben schon erahnen können. Und sie zieht dann eben los. Im Stile von Rambo sieht man eigentlich Messer, Pfeil und Bogen. Wie gesagt, zieht er aus wie Lara Croft. Aber zieht dann eben los wie Rambo. Und rächt sich an ihren Peinigern. Und das Ganze in typischer Backwood-Rape-and-Revenge-Action-Thriller-Splatter-Manier. Also es ist blutig, es ist teilweise sehr schön grafisch. Und es ist unfassbar kurzweilig in einem sehr coolen Setting mit einer sehr sympathischen, attraktiven, jungen Schauspielerin. Die ich wirklich, wirklich sehr sympathisch... Also die... Sympathisch ist das falsche Wort in dem Film. Aber die hier wirklich gut rübergekommen ist. Und ich finde, das ist das, was ich hier... Also das, was ich wollte, habe ich bekommen. Es gibt natürlich die ein oder andere Logiklücke. Wer hier jetzt wirklich nach Filmfehlern sucht, wird da welche finden. Aber es gibt wirklich coole, kreative Kills. Und das Ganze tatsächlich so kurzweilig. 87 Minuten geht der Film. Und keine Sekunde zu lang, keine Sekunde zu kurz. Das macht richtig Spaß. Kann man sich angucken. Und man kann es sich sogar angucken, wenn man nicht so unbedingt auf dieses Ice-Bit-On-Your-Grave oder Last House on the Left. Hardcore-Rape-and-Revenge-Genre. Also was heißt Hardcore, aber ne? Ihr wisst, so etwas härtere Rape-and-Revenge-Streifen. Wenn man da nicht so drauf steht, kann man sich das hier auch ohne Probleme gut angucken. Hier haben wir dann noch die DVD. Die ist auch mit dabei. Und auch hier haben wir wieder quasi dieses Pixel-Cover. Ich finde tatsächlich den Film und Mediabook wirklich schön. Also Mediabook sowieso hochwertig ohne Ende. Das gefällt mir richtig gut. B ist tatsächlich, muss ich dazu sagen, nicht mein Cover-Favorit. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Wenn ich mir ein Cover wünschen dürfte. Also wenn ich jetzt gefragt werde, angenommen Nameless ruft mich morgen an und sagt, ey, such dir mal ein Cover aus, zeige ich es euch. Das hier ist mein Wunsch-Cover. Da geht nichts drüber. Aber trotzdem ist einfach auch hier diese ganze hochwertige Produktion. Man sieht es ja nicht nur, also nicht nur die ganzen Hochglanz-Effekte, sondern auch die Dicke des Mediabooks. Und ich habe jetzt wirklich viele Mediabooks in der letzten Zeit euch auch vorgestellt und ausgepackt. Das hier ist ein ganz anderes Level. Das hier ist ganz anderes Level und führt definitiv. Ansonsten kann man schon erahnen, was demnächst rauskommen wird. Nameless hat bekannt gegeben, es gibt eine neue Asia-Reihe, die jetzt eben rauskommen wird. Da werden sicherlich die ein oder anderen Titel kommen. Einer liegt hier schon. Der wird demnächst auf jeden Fall von mir vorgestellt. Den habe ich auch schon mal angeteasert. Da wisst ihr auch schon, um was es geht. Die Leute, die meine Videos ein bisschen mehr verfolgen, wissen, um welchen Film es sich handelt. Und ich bin gespannt, was aber da noch demnächst alles rauskommen wird. Ich habe so eine Vorahnung. Ein, zwei Hinweise habe ich auch schon mal bekommen. Also ich glaube, da kommt wirklich... Oder was heißt, ich glaube, ich weiß, da kommen geile Sachen auf euch zu. Und das war es von mir jetzt mit dem Unboxing zu Army of One, mit der kleinen Kurzkritik. Alternativ könnt ihr euch von Voice82 die Review und Kritik angucken. Der hat auf jeden Fall sehr, sehr früh schon was hochgeladen und abgeliefert. Ist verlinkt, dürft ihr gerne mal reinschauen. Ich für meinen Teil freue mich, dass Nameless jetzt wieder am Start ist und da demnächst noch einiges rauskommen wird. Und wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt mir gerne, für welches Cover ihr euch entschieden hättet. Und wenn ihr den Film gesehen habt, wie ihr den findet. Ich bin über eure Antworten und Nachrichten gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020